Das letzte dich aufnehmen, weil du heute erst mal bist und dann mal das bord schwarz Kann man das nicht überspringen? Magamins Soldaten wollen eins unserer Camps anpacken Dann sehen wir es eben nochmal Hey, ich will dir nicht auf die Nerven gehen, aber du bist doch AJ Gale, oder? Danke, dass du uns hilfst, alle hier wissen das zu schätzen Ich schulde dem goldenen Pfad was für meine Rettung, aber ehrlich gesagt, ich bin nur hier, um die Asche meiner Mutter zu verstreuen Vielleicht, aber jetzt hast du gesehen, was Pagan diesem Land angetan hat Du bist der Sohn von Mohan Gale Ob du willst oder nicht, du schuldest Kürat etwas Deine Entscheidungen haben Gewicht Und jemand muss die Padsituation zwischen Amita und Sabal auflösen Denk daran, solange du hier bist Ach, tu es doch, tu es einfach, zeig AJ, was für ein Mann du bist Es geht um Menschenleben Sie sterben, wenn wir nichts tun Es geht hier um Krieg, wir brauchen die Infos Wir reden über die Soldaten für den Einsatz Erinnerst du dich noch an Darpan? Und wenn ich die Wahl habe zwischen Darpan und Informationen, nehme ich die Infos Also ich persönlich habe mich entschieden Ich bin auch mehr der Vertretung Da herrscht Krieg Und Man muss eben sehen, in einem Krieg sterben Menschen Nicht so, warum es so sein, wird man nie ändern können Aber Die Infos sind wichtiger als, sag ich jetzt mal Oh nein, wir dürfen sie nicht riskieren, bla bla Infos haben, wenn wir den Krieg weiterzuführen sind wichtiger Amita Ich besorge die Infos Okay Es gab schon länger Gerüchte über einen Großangriff Und dann kam Banapur, aber Das überzeugt mich nicht Diese Infos können bestätigen, dass noch Großes bevorsteht Wir haben seit dem Angriff nichts vom Lager gehört, also Pass gut auf Okay So, erreiche Camp Alpha Wo haben wir es denn? Da Ja O Weißt du Weißt du Wir haben ja So, wie ihr alle wisst, benutzt Pagan den stillgelegten Tee-Exporteur, Kürer-Tee, als Zentrum für Paul de Pleurs Opiumgeschäfte. Ah, ich frag mich auf irgendeine ausländische Antidrogenbehörde, darauf hereinfällt. Ich meine, de Pleur benutzt dieselben Trucks, dieselben Farmen, dieselben Lagerhäuser und überall sind noch dieselben alten Kürer-Tee-Logos drauf. Vielen Dank, Käpt'n blöd Arsch. Dabei spielt das hier gar keine Rolle. Wir haben überhaupt keine Antidrogenbehörde hier. Keine DEA wie in den Staaten, keine NNCC wie in China. Und denen ist auch egal, ob wir wissen, dass sie mit Drogen handeln, als ob das noch einen Unterschied machen würde. Neben dem Morden, dem Foltern und der Zwangsarbeit, es gibt keinen Berater in Pagan's Palast, der ihn sagt. Wissen die, die Fragen sagen, Attentate und Faschismus sind okay. Na, der ist vom Weg abbekommen, ey. Ihr hört den Sender, freies Kürat. So, wie ihr alle wisst, benutzt Pagan den stillgelegten Tee-Exporteur, Kürat-Tee, als Zentrum für Polen. Scheiße, ja, wir sind ein feines Gebiet. Die Patrouillen der Royal Army dienen ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit von ganz Kürat. Bewähren sie in jeder Zeit Vorfahrt und vermeiden sie plötzliche Bewegungen, wenn sie sich ihnen nähern. Befehlen der Royal Army ist unter allen Umständen Folge zu leisten. Befehlsverweigerung kann ernste Konsequenzen nach sich ziehen. Möge Pagan min Pflicht, die alle erleuchten. Blastkorps! Es gibt keine Hoffnung für dich! Ich seh dich da! Ja, wo kann dieser Schuss her? Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und Soziale Harmonie. Pagan Min will nur das Beste für Kürat. Seine Pläne füllen... Ich stopfen jeden Moment durch! Fuck! Ja, die Höhle hab ich jetzt mal passend zugehauen, ne? Das Auto kriegt man da nicht mehr raus. Ruckel, 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 ruckel... Ruckel, 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 ruckel... Ruckel, ruckel, ruckel... Ruckel, ruckel, ruckel... Ruckel, 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 ruckel... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020